Sei dir so nah wie nie. Heute am Christi Himmelfahrt hast du die Zeit und die Muße in dir zu kehren, bei dir zu sein, um zu fühlen, was willst du, was möchtest du, was kannst du, was darfst du und wie gehe ich es an? Oder wie setze ich den Punkt in mein Leben, dass ich mir wirklich nahe komme, dass ich der sein darf, der ich eigentlich schon immer war, der nur verloren gegangen ist durch meine Konditionierung, die ich erfahren habe, durch meine Erziehung, durch die Gesellschaft. Wie finde ich wieder zurück, zurück zu mir, in meiner eigenen Haut, in meiner eigenen Seele, in meinem eigenen Gefühl? Weißt du, wie ich das machen soll? Kannst du mir helfen? Kannst du mir sagen, was ich denken soll, was ich sagen soll, wie ich handeln soll? Oder liegt endlich alles bei mir in meiner eigenen Verantwortung, dass ich sie tragen muss und umsetzen muss, für mich einzustehen, was ich eigentlich schon lange weiß, aber mir noch nicht traue, umzusetzen? Von mir in Stellen hilft dir hier, dir persönlich einen Schritt weiterzukommen. Einen schönen Tag wünsche ich dir.